Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit BrokerFinBucks. Ich handle 60 Sekunden bis 2 Minuten. Mein Starttrade beträgt hier 2.000 Euro. Als nächstes suche ich mir einen Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5. Aktuell sehen alle Shards nicht so. Gut aus. OutUSDollar. Hier steige ich ein. Gleich nochmal. Ich mache zwischen 2 und 5 Trades. Aufgrund der vielen Coaching Teilnehmer komme ich leider nicht dazu jeden Tag ein Video zu machen. Ich versuche aber wenigstens 2 bis 3 Videos in der Woche zu machen. Ich versuche mal 4. Bis zum Schluss. Vielen Dank. Perfekt. Beide trades gewonnen. Bis zum nächsten Mal. Adios.